So, hier ist ein Apartment im Iliopark, das Schlafsofa, das Doppelbett und hier ist eine Schiebetüre, die kann man zumachen, wenn man mit Kindern da ist, so hat man eigentlich zwei separate Räume und hier ist eine kleine Küchenecke, auch wenn das hier all inclusive ist, hat man die Möglichkeit was zu machen, eine kleine Sitzecke. Und ein Bad mit Dusch.